Willkommen Leute wieder zurück im Evo-Land. Hier sind wir in diesem Gasthof, in dem wir uns im letzten Part getroffen haben. Beziehungsweise unterhalten haben. Und da sind wir jetzt hier vor dieser Dame mit dem Ausrufezeichen stehen geblieben. Hehehe. Ihr möchtet etwas in der Stadt? Nein, ihr möchtet etwas in die Stadt hinein oder herausbringen? Zu reduzierten Transportgebühren versteht sich. Hehehe. Dann mittelt euch an den Herrn Schlamassel im Innenhof. Achso, die sagt uns sowieso nur, dass wir da rausgehen sollen. Dann waren wir ja schon richtig im letzten Part. Da klicken wir uns mal schnell durch. Wir wissen ja schon, was er sagt. Der will halt Kohle von uns. 50 Goldstücke. Das ist nicht die Welt. Wir haben über 400. Ich weiß nur nicht, was wir jetzt gemacht hätten, wenn wir keine Kohle mehr gehabt hätten. Ich glaube, wir beide werden uns prächtig verstehen. Wie wäre es mit einer kleinen Kaution, um unsere Freundschaft zu besiegeln? Das sagen wir von Anfang mal. 440. Das sind jetzt alle Goldstücke, die ich habe. Fast alle. Regt euch nicht auf. Ihr habt jetzt mein Vertrauen verdient. Also so läuft es. Ihr bringt mir weitere 150 G und ich bringe euch hier raus. Will er mich verarschen? Oh, natürlich könnt ihr gerne ablehnen. Aber eure Kaution behalte ich dann, versteht sich. Ich darf wohl davon ausgehen, dass ihr einwilligt. Haben wir eine Wahl? Ich schätze mal, ihr habt das Geld nicht oder nicht mehr. Ihr will ich mich? Wenn ihr hier weg wollt, werdet ihr wohl dafür arbeiten müssen. Ich weiß, ein furchtbarer Gedanke. Ich versuche es selbst tunlichst, das zu vermeiden. Aber manchmal halte ich der Zweck eben die Mittel. Meine Assistentin im Gasthaus kann euch sicher ein paar Gelegenheitsjobs vermitteln. Dafür werdet ihr dort übernachten müssen. Ich weiß, es ist nicht... gerade ein Fünf-Sterne-Hotel. Aber denkt nur an morgen, wenn ihr frei und meilenweit vom Kaiserreich entfernt seid. Viel Glück. Kuro seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Super Morio, ich werde euch nie wieder die Verhandlung überlassen. Harte Worte, Minos. Obwohl Kuro ihm völlig auf den Leim gegangen ist. Aber er hat sein Bestes gegeben und das ist das Wichtigste. Hey, im Ernst jetzt? Ich hatte überhaupt keine Wahl. Was soll denn der Scheiß? Wir haben unser ganzes Geld verloren, schlimmer noch. Wir müssen unsere Flucht aus der Stadt erkaufen. Erstens war es unser Geld, nicht eures. Und zweitens braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich werde schon dafür sorgen, dass wir hier rauskommen. Ist euch das recht, Kuro? Schließlich seid ihr und Minos auf der Flucht. Ich werde mich nützlich machen und das nötige Geld verdienen. Ja, alles klar, nicht schlecht. Danke für euer Vertrauen. Also los, packen wir es an. So, jetzt spielen wir die Dame. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Fina, oder? Hehe, seid ihr wegen Schlamassel? Herrn Schlamassel hier? Was kann ich für euch tun, Fräulein? Ich suche Arbeit, damit ich Herrn Schlamassel bezahlen kann. Arbeit? Hm, dann wollen wir doch mal sehen. Hier ist die Liste der offenen Stellen. Sag Bescheid, wenn euch einer davon zusagt. Kellnern bei Wokdonalds. Markt in der Residenz de la Mare. Kinderhüten, nichts davon. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Ähm. Markt, wenn es diese reichen Typen waren, dann habe ich keine Lust darauf. Kellnern bei Wokdonalds, weil dieser ekelhafte Laden. Ich hüt' Kinder. Seid ihr sicher, dass ihr Kinderhüten annehmen wollt? Ja, komm. Geht zum Waisenhaus, dort wird man euch sagen, was du tun willst. Aber denkt daran, schlag nicht über die Stränge. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. Wahrscheinlich läuft es eh darauf raus, dass wir alle Jobs machen müssen. So, das Waisenhaus war das Gebäude mit dem Herz. Da kamen wir gerade her. Wartet mal. Ich gehe da auf keinen Fall nochmal hinein. Ich hasse Ratten. Okay, also wir können auf die Weise kein weiteres Geld verdienen. Gut. Mit wem muss man denn jetzt hier reden? Oh, ist er das neue Mädchen? Ihr seid meine Rettung. Naja, ich schätze, ihr wisst, was zu tun ist. Dann überlasse ich euch die Aufsicht. Viel Glück. Und dann macht sie sich richtig schnell aus dem Staub. Endlich frei. Hm. Uhu, Kinderchen. Wollt ihr spielen? Lass uns das Verstecken spielen. Ja, total krass. Jetzt seid ihr dran. Mich findet ihr nie. Klasse. Okay. Muss Kinder suchen. Hätt schlimmer ausgehen können. Alles klärchen. Da ist auf jeden Fall mal ein Junge. Ich weiß ja nicht, ob die sich nur draußen verstecken oder auch in Gebäuden. Holen wir doch gleich mal den Jungen. Achso, da kommen wir gar nicht rein. Ob die in die Kaserne rein dürfen, weiß ich jetzt gar nicht. Nee. Oh Mann. Meine Nase ist so ein bisschen zu. Ich hoffe, man hört es nicht. Aber es fällt ein bisschen schwer beim Reden. So, hier ist auch niemand. Ist auch kein Ort für Kinder. Und die Musik spackt wieder. Juhu. Achso, können wir eigentlich auch Geld suchen, ne? Einfach die Büsche abhacken. Ach, die Musik, die macht mich wahnsinnig. Hier oben war ich da schon. Und da leckt das komplette Spiel. Nicht nur die Musik. Hier haben wir auf jeden Fall ein Mädel. Jetzt schon? Habt ihr etwas Superkräfte oder sowas? Ab nach Hause mit dir, Mädel. So, hier hinten ist schon mal nichts. Achso, halt, das war die mit dem Verlobten. Aber da unten habe ich gerade jemanden entdeckt. Ich weiß genau, dass ihr mogelt. So, schauen wir mal hier. Nope. Also wahrscheinlich stecken die doch alle draußen irgendwo. Aber zur Sicherheit schaue ich doch mal nach. Äh, hab ich dich vorhin schon angelabert? Pah. Das ist unfair. Achso, das war ein Kind. Okay. Wir haben schon drei von fünf. Nicht schlecht, würde ich sagen. Ging ja recht flott. Achso, hier kann ich ja gar nicht rein, ne? So, bei dem Gasthaus ist noch einer. Äh, das war nicht das Gasthaus. War hier noch ein Kind? Nee. Die drei waren vorhin schon da auf der Seite. Hier war... Wer ist das? Achso, das war der andere Reichen. Ja, ich glaube, hier ist kein Kind reingeflüchtet. Äh, halt, das war der mit dem Kämpfen. Ich kann ja auch den mal hinschleifen und einfach sagen, der gehört auch dazu. Falls ich das fünfte nicht finde. Aber wir haben ja noch die, äh, die komplette Gaststätte. Mhm, hier ist auch nichts, okay. Der letzte macht's uns schwierig. Könnte ja auch sein, dass hier zwei drin sind. So, mein Freund. Erstmal dich. Ich weiß, das beste Versteck aller Zeiten. Huh, einfach wegteleportiert. Hier mal rechts noch abchecken. Da war doch noch einer hier. Ihr habt das echt drauf, Fräulein. Ja, wir haben uns alle gefunden. Sehr schön, sehr schön. So, das Waisenhaus war hier, genau. Mein Orientierungssinn wird langsam besser, von Spiel zu Spiel. Wenn das mal keine gute Arbeit war, ha? Ihr seid ja so cool. Dafür werdet ihr bezahlen. Kommt uns gerne jeden Tag besuchen. Ich muss mal. Nächstes Mal findet ihr mich nicht. Seid ihr in Ordnung? Wie ist es gelaufen? Entschuldigung, wir sind verschluckt. Sie haben sich doch hoffentlich benommen. Schon wieder. Aber ich muss sagen, ich habe sie vermisst. Hier, das ist für euch. 80 haben wir erhalten. Da müssen wir noch einen Job machen. Danke für eure Hilfe. Kommt gerne wieder. Ja, wenn es solche Easy-Peasy-Jobs sind, dann machen wir halt gerne noch welche. Oh, es ist schon Abend. Was für ein Tag. Höchste Zeit ins Gasthaus zurückzukehren. Kleinen Moment mal. Ich will hier was abchecken. Was denn noch hier so alles ist. Jetzt kann man nämlich hier rein. Was haben wir denn hier für gestalten? Die kennen wir doch alle. Ein wirklich fesselndes Spiel. Ob ich besser aufhöre oder noch weiterspielen soll. Offenbar gibt es jede Menge Gewinnchancen. Aber warum nur so wenige Gewinner? Oh nein. Ich habe schon wieder meine ganzen Ersparnisse verspielt. Beim nächsten Mal habe ich mehr Glück. Ja, so geht es jedes Mal beim Glücksspiel. Fast hätte ich diesmal gewonnen. Fast bringt dir aber gar nichts. Irgendwann gewinne ich doch. Und dann bin ich reich wie Madame de la Mar. Da bin ich sicher. Ihr wollt, werdet Millionär spielen? Das macht 10G. Ja gut, die geben wir mal aus. Ich will es mal testen zumindest. Ich will jetzt nicht so ein Glücksspiel-Junkie werden wie die da unten, aber wir hören uns mal die Regeln an. Ganz einfach. Auf dem Tisch liegen neun Karten. Ihr müsst jeweils zwei davon gleichzeitig umdrehen, ohne dabei die Karte tot zu erwischen. Wie viel ihr gewinnt, richtet sich nach der Anzahl eurer umgedrehten Paare. Ihr dreht alle vier um. Bingo! Ihr gewinnt eine Million Goldmünzen. Wollt ihr die Regeln wissen? Ja? Achso. Waren ja schon die Regeln? Ich bin grad, stand ich grad ein bisschen am Schlauch. Das ist so ein bisschen wie... Wie heißt das? Oh. Fast hättet ihr es geschafft. Wie wär's mit noch einem Spiel? Nö. Wir wollen unser Geld behalten. Äh, wie hier... Wie heißt denn das Spiel? Verflucht nochmal. Memory, genau. Stehe auf dem Schlauch hier. War hier noch... nicht noch irgendwas, wo man abends mal vorbeikommen kann? Ich hab's vergessen. Gehen wir einfach mal zum Gasthaus jetzt. Und... Wir brauchen ja noch einen Job, ne? Das reicht ja noch nicht mit unserer Kohle. Verändert hat sich hier nicht viel. So. Heute Nacht hat sie keine Arbeit für uns. Ja, dann müssen wir jetzt pennen. Dann haben wir keine Wahl. So. Bleibt ihr? Ja. So. Haben wir zu dritt in dem gleichen Bett gepennt. Die Liste der offenen Stellen. Dann kellnern wir noch beim Walkdonalds. Weil bei der Dame möchte ich nicht arbeiten. Esst bloß nichts dort. Nicht, was ich mir als Kind vorgestellt hätte. Ich wollte immer Astronaut werden. Okay. Kellnern wir mal in dem komischen Ekelrestaurant. Das war... Hier? Ich glaub ja. So. Ah ja, hier, Walkdonalds. Genau, die Küche ist noch geschlossen, bla bla. Oh, hier ist ja die neue Kellnerin. Perfekt. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Der Service beginnt gleich. Soll ich euch erklären, was ihr zu tun habt? Ja, unbedingt. Ihr werdet sehen, es ist kinderleicht. Wenn ihr aufmerksam hinschaut, seht ihr, in welcher Stimmung der Gast ist. Der Gast kommt herein und im Platz. Ihr müsst ihm Zeit geben, in Ruhe sein Gericht zu wählen. Dann wird er seine Bestellung aufgeben. Danach kommt er zu mir, um das Gericht abzuholen und es dann dem Gast zu servieren. Verwechselt nicht die Bestellungen. Als nächstes nimmt der Gast seine Mahlzeit ein. Manche Gäste brauchen dazu mehr Zeit als andere. Stört ihn nicht beim Essen. Die meisten Gäste hassen das. Wenn er fertig ist, wird er schnell bezahlen wollen, bevor er geht. Geht also schnell zu ihm, damit er nicht geht, ohne zu zahlen. Kurzer Leck. Versucht, mehrere Bestellungen gleichzeitig entgegenzunehmen, bevor er serviert. So mögen es die Gäste. Ihr könnt allerdings immer nur jeweils ein Gericht servieren. Das wär's. Kinderleicht, oder? Wollt ihr, dass ich die Anweisung wiederhole? Nein. Okay, ich bin schlecht im Merken, deswegen wäre so ein Job auch nie was für mich gewesen. Ich hab nie gekellnert, muss ich sagen. Ich hab andere Jobs gemacht, aber nicht das. Weil, da braucht man ein gutes Kurzzeitgedächtnis und meins ist echt scheiße. Gut, wunderbar. Damit haben wir offiziell geöffnet. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. So, setz dich doch hier hin, bitte. Gut, was darf's sein? Ach, sie wählt noch aus. Alles cool. Okay, sie hat was. Das Tagesgericht, und zwar zackig. Okay. Boah, ich muss auch noch aussuchen. Tagesgericht. Bitteschön, schon da. Toll, der schnelle Service. So, von dir gibt's. Tagesgericht, alles klar. Machen wir das hier. Ist aber schnell zubereitet. Danke, das ging ja schnell. So. Ach hier, die will bezahlen, sehr schön. Köstlich, einfach toll. Muss ich das dem dann geben? Gar kein Gericht, bitte. So, der frisst hier noch bequem. So, ess mal schneller, Junge. Gut, dann kann ich dich abkassieren. Es war lecker, danke. So, wer sucht noch aus? Der auch. So, alles cool, alles cool. So, hier haben wir schon das Erste. Was darf für dich sein? Den Big Walk. Und für dich? Äh, mal sehen. Ein Tagesgericht, okay. Schnell hier ein Tagesgericht. Tagesgericht für dich. Big Walk. Okay. Bring mal dir schnell, dann nehmen wir da drüben die Bestellung auf. Ist voll stressig hier. Ich komm ja schon, Leute, ich komm ja schon. So, für dich. Äh, der untere will Salat. Und der obere will den Big Walk. Okay, kriegt ihr gleich. Salat. Zack, für unten. Und hier noch, äh, Big Walk. Okay. So, da drüben will jemand zahlen. Kann das sein? Oh, 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 oh. Jaja, hier haben wir der Kohle. Ich hab's jetzt nicht gelesen, was er, was er wollte. Was ist mit dir? Ich hätte gerne, äh, mal sehen. Die Pastete à la Chef. Holen wir uns. So. Pastete für dich. Bestellung von dir ist Tagesgericht. Okay. Und von dir Tagesgericht. Okay. Ich komm jetzt gleich nicht mehr hinterher, das wird schon ein bisschen stressig. Tagesgericht. Okay. So, du warst das mit dem Tagesgericht, ne? So, du willst den Big Walk. Und du willst Salat. Okay. Salat. Och, ist das stressig, ey. Jaja. Salat. Abkassieren. Big Walk. Abkassieren. Big Walk. Abkassieren. Bestellung. Tagesgericht. Und hier. Pastete. Okay. Abkassieren. Pastete war jetzt hier oben, ne? Ich hab's schon wieder vergessen. Oh, shit, 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 shit. Pastete. Abkassieren. Und hier aber rechts war's Tagesgericht, ne? Für euch. Salat. Pastete. Salat, Pastete. So, ich komm ja schon. Salat war unten, oder? Scheiße. Der untere wollte die Pastete. Ah, man kann mal einen Fehler machen, oder? Bei so vielen Leuten. Hier, bitte. So, abkassieren. Salat war schlampig. Was soll das jetzt? Ich hab mir noch Mühe gegeben. Die zwei essen noch, und dann haben wir's auch geschafft. Der will direkt bezahlen. Hierin komm ich garantiert nicht mehr. Es war lecker, danke. Oh, Mann, oh, Mann. Haben wir's jetzt endlich geschafft. Ich denk schon, oder? Gut, das war's für heute. Wir haben 15 Gäste bedient. Und niemand ist gegangen, ohne zu bezahlen. Ist ja schon mal gut, ne? Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit war 6,8. Nicht übel. Oder was, 0,3? Hier habt ihr euer Gehalt. Kommt gerne wieder, um zu arbeiten. 95 Goldstücke. So, ich bin jetzt gerade überlegen. Ich werd den dritten Job nicht machen. Vielleicht kann man das später im Spiel noch. Oh, es ist schon Abend. Was für ein Tag. Höchste Zeit ins Gasthaus zurückzukehren. Ich mein, ich könnte jetzt noch den dritten Job zeigen, was man da machen muss. Aber ich finde, wir haben jetzt genug gelabert. Meine Stimme lässt gerade ein bisschen nach. Wir wollen auch mal wieder ein bisschen was erleben. Ich sehe auch gerade, wir müssen jetzt erstmal pennen, damit wir abhauen können. So, die Nacht will uns nichts kosten, weil uns der Herr Schlamassel so sehr lobt. Alles klar. Ist Korruption nicht was Schönes? So, Herr Schlamassel. Habt ihr die 150 G? Ja. Aha, Glückwunsch. Scheint so, als hättet ihr euch ordentlich ins Zeug gelegt. Ich schätze, ihr wollt sicher so schnell wie möglich loslegen, was? Hier, nehmt diesen Schlüssel. Damit könnt ihr durch die Kanalisation fliehen. Nichts zu danken. Eurer finanzieller Beitrag ist mir des Dankes genug. Schlüssel zur Kanalisation. Okay. Endlich kommen wir raus aus dieser Stadt. Hab Dank, Fräulein Fiener. Dank euch darf ich meinen Sohn wiedersehen. Und vielleicht ist es noch früh genug, mein Volk zu retten. Keine Ursache, Minos. Es ist doch selbstverständlich, dass man einander hilft, wenn man das gleiche Schicksal teilt. Das gleiche Schicksal? Wir Dämonen glauben nicht an Schicksal. Nur an freien Willen. Tut mir leid. Ich wollte euch nicht beleidigen. Es war nur eine Redensart. Macht nichts. Tut mir leid, dass ich so aufbrausend war. Hm. Hm. Äh, Kuro, ich glaube, ihr solltet die Führung bei unserer kleinen Expedition übernehmen. Auf geht's. So, jetzt checke ich mal. Moment. Herr Schlamassel, wartet. Nehmt dieses kleine Anlenken von mir an. Mit dem Dank des Hauses ein Treueabzeichen. Genau die Art Gegenstand, die einem überhaupt nichts nützt. Okay. Ich muss mal kurz die Aufnahmezeit checken. Oh, schon wieder ziemlich lang. Ja, dann werde ich jetzt einen Schnitt machen. Und wir werden mal sehen, wie wir hier rauskommen aus der Stadt. Die Kanalisation. Ich dachte eigentlich, dass wir durch die hergekommen wären. Achso, dann ist es dieses letzte Tor, was da noch offen war. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay. Dann klärt sich jetzt auch, woher der Schlüssel ist. Das ist nämlich dieses Tor hier rechts. Alles klar. Durch das werden wir im nächsten Part dann gehen. Bis dahin dann, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.